Wir sind heute beim Maränenangeln, das heißt vom Ufer aus, wir haben die Tiefe eingestellt auf 5 Meter ungefähr, maximal 7 Meter, haben Maränen-Schwimmer drin und feuern die immer so 15, 20 Meter raus und lassen die ein bisschen abtreiben vom Wind, ist dann die Bewegung da, also so sieht das da aus hier. Und ja, ist ordentlich was los auf dem Gewässer und wir machen es uns heute ganz gemütlich und ja, vor allem wie früher angeln, halt schön ruhig, einfach mal chillen, einfach mal entspannen und ja, macht bis jetzt extrem Spaß und wenn wir was fangen, dann seid ihr hoffentlich live dabei, ich würde sagen, bis gleich. Musik Boah, mein Schöno, boah, guck dir das an. Musik Boah, mein Schöno, boah, guck dir das an. Musik Boah, mein Schöno. Musik 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 So glücklicher, ich gehe zurück. Danke. Sehr schön. Offene roten Hatter. Offene roten Hatter. Richtig schöner Fisch. Offene roten Hatter. Offene roten Hatter. So Leute, wir angeln hier vom Ufer aus und jetzt ist die große Marine hier eingestiegen. Das heißt, wir gehen hier 20 Meter ungefähr draußen mit Marienschwimmer, Hegene, Fünfhaken und Einzelhaken. Und auf dem Lilane, da hat der jetzt drauf gewissen, eine Lilane Nymphen 42 Zentimeter. Das weiß ich dir so. Das weiß ich nicht. Bis zum nächsten Mal.